ARD Text im Auftrag von Funk Ich glaube, er hat gesagt, wir möchten gerne auf die Fresse Plötzlich alles, nichts mehr wert Wir fassen sie aus Komplett im Dunkeln Angst Schweiß, Arsch auf Grundeis Du bist Vanille Ich esse Tiger Denn du weißt nicht, wie man Feuer macht Wir müssen leider eine Taschenkontrolle vornehmen Da habe ich was Harvest geschwürt Ist sicher, ist sicher Ist auch nicht Warum hast du eigentlich diese komische Jacke an? Du hast doch gesagt, du sollst eine Strickjacke anziehen Ich habe gesagt, du sollst eine Strickleiter mitbringen Strickleiter? Scheiße Hab ich jetzt nicht, aber Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?